Ich brauche ein Taxi und jetzt bitte in die andere Richtung. Wir saufen hier mal. Wo ist denn dieses andere Ding? Wo ist das andere Taxi? Da sehe ich es doch. Ja und jetzt? Springen kann ich hier nicht. Bringt mir das denn überhaupt was? Eine gute Frage. Nichts. Aber wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ne, wenn ich da unten reingehe, komme ich ja nur wieder ins abgestürzte Schiff. Verwirrend. Kommt, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Aua, ich habe mich angespuckt. Geh weg. Kusch. Pfui. Aus. Ich gehe jetzt noch mal zurück zur Statue und ich weiß da glaube ich auch noch eine Stelle, wo ich hin muss. Aua. Oder beziehungsweise nicht hin muss, ich glaube wo ich vielleicht noch hin kann. Kommt. Das ist ja nämlich immer so ein schöner, feiner Unterschied. Äh. Da hätte ich jetzt eigentlich nicht hin gesollt. Okay, machen wir eben so. Geht auch. Und ansonsten kann ich hier auch noch mal nach unten gehen. Ich weiß ja jetzt wo ich noch nach unten kann. So, was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, hier oben gibt es doch auch noch Sachen, oder? Kann das nicht? Aber da komme ich noch nicht wirklich hin. Äh, ich würde sagen wir laden uns mal vollständig auf. Ja, wir können von mir aus auch mal safer. Habe ich kein Problem mit. Was ich natürlich auch mal machen könnte. Ach du Schande geht es da weit nach oben. Okay. Ach ja, der schöne Anfang. Das ist schon gut. Äh, mir fehlt auch nur ein Item. Hm. 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 Einfach mal weiterlaufen. Und zack. Äh, komm ich auch hier gleich wieder hoch? Nee, natürlich nicht. Bum, 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 bum. Alles wegspringen. Äh, überlegen, überlegen, überlegen. Nach Brinster, Brinster, Brinster. Gehen wir doch mal hier nach unten, ne? Aua. Aua. Äh, da waren wir auf alle Fälle drin. Hier auch. Das hieß doch noch was. Wartet mal. Lass mich da einfach hier hoch. Nicht stressen, ne? So, einmal aufmachen hier. Dankeschön. Und weiter geht's. Ja, die waren am Anfang auch so ein kleines Problem, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Dafür sind die roten ein Problem. So, und zwar. Hier nach rechts. Da ist noch irgendwas unter dem Item. Also da ist zumindest kein... Ah, wir sind hier... Ja, jetzt weiß ich auch, was da für ein Item ist, ne? Da ist nämlich die Statue. Ja, und uns fehlt das rechte Ding hier. Und ich hab keine Ahnung, wo dieser Boss ist. Ja, wenn's jetzt wirklich ist, dann werd ich hier dann mal ne kurze Aufnahmepause machen und werd dann, äh, mal kurz nachsehen. Denn es bringt mir so nix die ganze Zeit, ne, hier im Dunkeln rumzulaufen. Das gefällt euch nicht und mir gefällt das auch nicht. Also nicht wirklich. Und wir sind eh so in fünf, in sieben, sechs, sieben Minuten, ähm, am Ende der Folge. Und dann kann ich da mal eben nachsehen. So einmal hier nach unten, Map aufmachen. Da unten ist sogar noch was, was wir nicht haben. Und die Frage ist, wie komm ich da hin? Genau so wie, wartet mal, ist da eins nach unten und dann nach links. Und da rechts, da ist auch noch ein Item, das wir nicht haben. Okay, äh, Moment mal, ne andere Frage. Können wir jetzt nicht mit der Gravity Suit auch, äh, hier, äh, an der einen Stelle? Oder brauchen wir da noch eine spezielle Lava Suit? Äh, war das hier? Ne, eins nach unten. Ich muss noch eins nach unten. So, und zwar hier, nein, hier auch nicht rein. War jetzt noch der Speicherpunkt. Dann bin ich wieder raus. Hier. Aua. Aua. Moment mal, okay, da, da ist es ja dunkel geworden, ne? Kann mich natürlich jetzt auch täuschen, aber ich weiß, dass ich hier war. Weil konnte ich noch meine Raketen aufstocken, aber da drunter ist da noch irgendwo was? Nö. Hat jetzt wirklich nur so ausgesehen, aber es soll auch kein Problem sein. So, einmal hier hoch. So, hier rüber. Hier rüber, hier rüber. Und raus da. Und wie gesagt, hier gibt es noch ein, zwei Sachen, die hätte ich gerne. Map aufmachen. Ich muss erst mal komplett nach rechts. Und das werden wir doch auch gleich tun. Ähm, kann ich das so durch? Jo, sieht fast so aus. Wer zwar... Nein, nein, nein. Hier weiß ich, was los ist. Da könnte ich nach unten fallen und das möchte ich nicht. Okay. Ähm, ich muss weiter nach rechts. Gebt einfach Ruhe. Keiner möchte euch haben. Genau. Hier war das nämlich. Und zum einen gab es jedoch auch noch... Äh... War das hier? Oder war das weiter unten oder weiter rechts? Ne, das muss irgendwo hier gewesen sein. Vielleicht doch im nächsten Raum. Ne, hier nicht mehr. So, einmal hier nach rechts. Okay, das hatten wir schon. Dann einmal hier lang, hier lang und hier rein. Ach ja. So. Äh, hallo? Einmal schwingen? Ach, da muss ich irgendwie von der anderen Seite rein. Ähm, die Frage ist nur, wie? Anlauf oder so nehmen konnte ich da ja nicht. Ah, ich hätte vielleicht noch eine Idee. Aber nur vielleicht. Wenn ich die Stelle dann wieder finde. Ja, eigentlich nicht. Lässt mich einfach in Ruhe. Aua. Gab's da oben irgendeine? Nö. So, ähm... Die Suche möge weitergehen. Die Suche möge weitergehen. Können wir da vielleicht, äh, unten durch? Nö. Dann eben oben. Soll auch kein Problem sein. Boah, wie oft bin ich hier durchgelaufen? Viel zu oft. Moment mal. Ähm... Möchte das Item... Moment. Wir könnten doch eigentlich mal hier nach unten gehen. Ganz nach unten, ne? Und gucken, ob wir jetzt da unten so ein bisschen in die Lava huschen können. War das hier? Ja, hier links. Halt. Ich wollte das hier. So, auf alle Fälle mal einen Safe-Step machen. Aua. Aua. Hier wird schon wieder dunkel. Ach, guckt mal an. Aua. 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 Vielen Dank.